Bussi! Spielt mal ein bisschen! Los! Laufen! Nicht faulenzen. Da brauche ich heute weniger laufen. Das ist vollkommen uneigennützig der Wunsch. Oh, sie ist aber schneller als du, Bussi! Sie ist schneller als du! Ja, sie ist schneller! Aber das ist total süß, weil die kennt das ja überhaupt nicht mit dem Schnee. Und die versinkt ja dann in dem Tiefschnee. Und dann kann die natürlich längst nicht so schnell rennen wie normalerweise. Und da war die am Anfang, als wir Freitag angekommen sind, da war die am Anfang total verblüfft, dass sie da plötzlich so schlecht wieder rauskam. Das kann ich mir vorstellen. Herrlich, die beiden! Ja, das ist wirklich total schön. Also, das habe ich auch nicht... Ich meine, er spielt gerne mit anderen Hunden, aber sie scheint es auch so zu genießen. Viele wollen das ja nicht mehr. Die wollen dann ihre Ruhe haben, die Hunde, und dann... Nö, die spielt total gerne, also... Ein Freitagshaus für Freunde, das ist eine Pension oder das ist ein Privathaus hier? Dies hier neben uns? Das ist das von meiner Freundin, das ist auch ein Privathaus. Riesenbrauch, das ist von meiner Freundin, das ist auch ein Privathaus. Ja. Auch ganz ungewöhnlich vom Stil her.